Moin, Luzi. Na, wie geht's denn so? Setz dich mal mit hier auf die Bank und dann wechseln wir ganz schnell den Skin. Warte, ich muss hochspringen. Das Bild auch. So geil. Hab ich ein Gesicht? Ne, ne? Ja, doch. Du hast unten einfach einen Strich. Wenn Luzi schaut, guck ihn mal an. Ich glaub, der Bank Bank für uns weg. Oh, SPVP ja an. Juhu, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Best of Dutch Fun. Oh, SPVP ja an. Oh, 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 oh. So, wir nehmen jetzt einfach Robin auf, äh, in Stumbug auf. Hab dich lieb, Robin. Juhu, wieder Drachenfight im Nether, äh, im Nether, im End, whatever. Sind die irgendwie alle zu unfähig, um da unten noch hinzugehen und da, also... Mein Bruder wieder einfach da drin ist. Ey, sie sind das Support-Attacks, die du da verwendet hast. Ähm, machen wir wieder dasselbe wie beim... Dings, beim, äh, letzten Drachen-Ei-Clown. Ah, die wollen alle das Ei. Geh ein Ei da drauf, wir können... Schon mal ein paar Leute halt einfach umbringen. Kostet makes sense. Mhm, 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 mhm. Okay, Blubberfisch hat draufgehauen. Und warum auch immer, wenn die beider das Ei haben wollen. Hast du's? Meisi, hast du das Ei? Ja, nice. Oh Gott, ey. Okay, Test 1, ob Babo Ahmed immer noch sein, äh, Dings da benutzt, obwohl er ihn nicht benutzen darf. Offenbar schon. Also, er hat Player Damage genommen. Ja, schon wieder ist er auf. Mal ne Runde nen Ahmed machen, ne? Na, Ahmed, wie geht's dir so? Äh, okay. Okay. Also, jetzt hat der Player Damage bekommen, ne? Oh, ich glaub... Das stimmt da mit dem Jut nicht, ey. Ich versteh's halt echt nicht. So, Ahmed? Was? Da hat der Keck einfach die Stadt verlassen. Entschuldigung, ich meinte er hat den Ahmed gemacht. Ach ja, stimmt. Das DojaFun-Server-Team hat auch noch Verstärkung bekommen. Dings namen geschaut. Okay, also Leute, ähm, besessener ist grade, ähm, ja. beim Arzt oder irgendwas ähm, ja, also Besessener ist gerade beim Arzt und ähm, ja, also ich weiß gerade, dass Besessener AFK ist und ja, ich hätte ihn jetzt einfach so lange, bis sein Totem sich aktiviert oder seine Rüstung kaputt geht ne ich glaube, das teilt mir ja Schaden aus, was finde ich jetzt krass ja, wir machen nochmal ein Screen zusammen wenn ich gerade ein bisschen ausstoße ich hab gerade gegessen ah Gott, ey, Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe ich fühl mich also ich wundere mich jetzt gerade, also ich frag mich jetzt halt echt, wie viel Dings er hat also er hat wahrscheinlich noch ein bisschen was vom Fleisch gerackt, aber sonst ähm also irgendwie will Besessener nicht sterben aber ich weiß auch nicht warum ähm hat er irgendwelche Regeneration hier, jetzt geht's ihm wieder gut ähm hier irgendwas zum Heilen oder so keine Ahnung guck mal, er hat ein doch, er hat Regeneration äh, Flaschen hier, oder? Regeneration Perfekt Perfekt teilst du dich wieder ich hoffe mal nicht, dass deine Rüstung irgendwie kaputt geht, oder so ähm ich hol da mal ganz kurz was ich wünschte, ich würde mich hier auskannen, ne? äh, ah hier XP 1, 2, 3, 4 ok ähm das wird Vivi und Ellie safe nicht auffallen ich mein, wir haben genug Katzen hier, ne? ähm Katzen guck mal ganz kurz habt ihr nicht bemerkt, ok? ihr habt habt ihr nicht bemerkt Besessener das hier wollte ich schon ganz ganz bleib mal stehen, bleib mal stehen das hier wollte ich schon ganz, ganz lange mal bei dir tun bleib mal, bleib mal stehen also, wie gesagt das hier wollte ich mal schon ganz, ganz lange bei dir tun, ne? mhm ja bin ich oha, woher hast du dieses Schwert wieder ah besser ist es, dass ich noch alles saven konnte außer die Schalker jetzt, 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 jetzt so die Sache welches soll ich dir wiedergeben? was? du hast beide? ich hab beide hä, warum wurde das in acht? ja, boah da kannst du auf die Schalker zukommen ne kann ich nicht das schon nicht ne, also, da ist die Frage welch, 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 ne, ne, ne hallo, was soll ich wirst du mir ich meine, ich meine, welches, welches der, der Dings-Schweller sollte geben Thron der Welt oder The Blade of Justice mir ist egal also The Blade of Justice würde ich auch gern haben hab ich auch schön weitergeführt ja oh, dass ich diese Klinge mal wieder in den Händen halten würde Zeitvertreiber, du, keine Ahnung du, gefällt's mir immer mehr ja 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 Vielen Dank.